Hi, ich bin Gu... Tischtennis habe ich immerhin... Das war die Sportart, bei der ich tatsächlich dominiert habe. Ups. Okay, ein Punkt für dich. Aber... Gewöhn dich mal nicht dran. Ausgleich, so. Und Schmetterball! Hoffentlich kann der sowas nicht auch. Aber ich glaube nicht, dadurch, dass der 100 Bälle oder so anschlagen kann. Wäre das unfair, wenn er das auch noch könnte. So, okay, wie... Sieht gut aus. Oh oh. Man darf einfach nicht zögerlich sein. Mit der Schlagtaste. Junge, wie hätte ich da denn rankommen sollen? Der hat die Platte nicht berührt. Also eigentlich hätte er... Wäre das mein Punkt gewesen. So. So. So, hier. 25,5. Was willst du tun? Kleiner Windmeister. Bisschen laues Schlüftchen vielleicht. So. 33,8. Sieht gut aus, Leute. Sieht gut aus. Wenn er nicht noch mehr ausrastet. Ey, 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 ey. 50,11. Okay. Warte, ach, muss ich aber echt aufhören. Das ist schon 50. Nein, 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 nein. Okay, 59,14. Das kommt richtig gut ab, die Punkte mal anzusagen, weil ich die auch selber sonst nicht lesen könnte. Oh oh. Junge, 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 Junge. Okay, okay. Immer noch solide Führung, aber... Ach, Junge, teilweise... Ich kann schon so weit hochlaufen. Okay. Okay. Ich frage mich, ob es echt Leute gibt, die den zu Null machen. Also jetzt nicht, dass jeder so 20 Punkte oder so gegen den abgibt, aber... Zu Null? Glaube ich halt auch nicht. Außer halt, er ist so zentral in der Mitte. Okay, cool. Easy. Mehr nicht. Kein Pokal oder so nochmal. Ja gut. Es gab irgendeine Geburtstagsfeier im Norden oder so. Ja. Ich könnte es noch in die... Kann man in die Mitte reisen? Ich glaube nicht. Egal. Wir sind jetzt das ganze Stück hier gelaufen. Wir haben schon viel geholt. Pfeile sammler und so. Jupp. Geisterbriefträger. Mach dir keine Sorgen. Ehemaliger Champion und so. Schläft ja. Ja, also ihr seht Leute, es gibt ja noch viel zu machen. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Hat Spaß gemacht, aber... Ja, der Punkt ist langsam überschritten, würde ich so sagen. So, okay. Ähm. Stärker als du aussiehst. Danke. Du auch. Ähm. Ja. Schönes Ding. Vielen Dank. Ciao, Kakao.